nein Jungs doch jetzt müssen wir die überraschen wir müssen den Feind jetzt überraschen ja wir haben eine richtig gute Pose wir gucken und jetzt bleiben wir hier wir bleiben hier it doesn't make sense for me sonst sonst sind wir wieder so getränt ich hab nur giftvolle ja ja ne du bist so feig kevin was soll mir machen soll ich auch hinfliegen ich? ich hab bis einmal gesaved hab einen gefilmt hab nur einer banane mal ein hit gegeben oh nice ist die banane knockt? oder oh Jungs von hinten kommen die ich komm auch mehr in alle richtungen weil ich hab ein bisschen schiss oh mein Gott nice ich finish ihn ja oh f**k ja machen wir wir hielt ok ja ok ich guck schon mal nach dem anderen ich glaub das ist da hinten ich guck dass ich ihn irgendwie sehe während ich hier lauf und ihr guckt dass sie direkt in die zone geht ok ja ich versuch dir gleich zu helfen ist die banane ist die banane die banane St Hannemann schüttet ja nein Jungs ich hab sogar mal Zweckes das ist so gefreundlich ich kann nicht springen aber jetzt das ist nicht mehr